Hallo, willkommen beim virtuellen Tag der offenen Tür der Stadt Wien Musikschule. Ich befinde mich hier in meinem Unterrichtsraum im Bildungszentrum in Simmering in der Gottschalkasse und darf euch nun mein Unterrichtsfach Jazz-Bosanne vorstellen. Wenn man Posaune spielen will, muss man zu Beginn die Grundlagen lernen. Später stellt sich die Frage, welche Musik man spielen will. Im Unterrichtsfach Jazz-Bosanne stehen die Musikstile der Popularmusik im Vordergrund. Angefangen von Blues, New Orleans Jazz, Swing Bebop bis hin zum Funk, Soul, Latin Jazz und so weiter. Neben dem Spielen nach Noten einerseits, was beispielsweise für das Spiel in Big Bands wichtig ist, lernt man im Unterrichtsfach Jazz-Bosanne auch das Improvisieren. Das Spiel in Big Bands